Ja klar, der CFE ist eine professionelle Ausbildung, also sprich eine Ausbildung nach dem Studium. Meistens, aber auch für Leute, die effektiv schon einen längeren Beruf gearbeitet haben. Und es ist eine Ausbildung, die vor allem für Finanzgeneralisten oder wo sie zu einem Finanzgeneralisten macht. Also sprich, die CFE Charterholder, die befinde ich eigentlich in allen Teilen der Wirtschaft, wo man Finanzkompetenz braucht. Eben natürlich viel bei Banken, aber auch bei Industrieunternehmungen, beispielsweise bei den Pensionskassen von diesen Industrieunternehmungen, in den Merger & Acquisitions Abteilungen, bei Versicherungen, in der Verwaltung, in der Aufsicht. Wie gesagt, überall dort, wo du Fachwissen brauchst, über die Industrie oder die Finanzen. Und über Fintech. Kannst du sagen über Fintech? Was passiert jetzt im Fintech-Werfeld in Zürich, in der Schweiz? Mhm. Fintech ist eine, ja man kann nicht sagen eine Branche, aber es sind viele Unternehmungen, die sich jetzt gründen, die entstehen, die versuchen Geschäftsmodelle aufzubauen, die funktionieren, also die nachhaltig sind. Es ist eine sehr dynamische Industrie, ein sehr dynamischer Sektor, der sich schnell verändert, wo es auch viele Interesse daran gibt, wo zum Beispiel eben auch die grossen, etablierten Akteure, wie Banken, Versicherungen usw. interessiert sind daran, was sich dort entwickelt. Und allenfalls auch zum Modell dann zu akquirieren, Firmen zu kaufen, die sich eben etabliert haben als erfolgreiche, als gute Prozessmöglichkeiten, wo sie dann in ihre eigenen etablierten Geschäftsmodelle einbauen können. Von daher ist das etwas, was sehr, sehr interessant ist natürlich für den Finanzplatz Schweiz, weil das ein Innovationslabor ist für den Finanzplatz. Aber ich glaube, der wirklich grosse Schritt der Finanzindustrie, der steht noch aus, der findet dann statt, wenn auch die Regulierung sich viel stärker anpasst an die Möglichkeiten, die Fintech oder die Anwendung von Technologien in der Finanzdienstleistung ermöglicht. Und dort sind wir nur ein gutes Stückchen weg davon. Okay. Aber denkst du, dass Fintech kann wirklich die Ökonomie in der Schweiz verändert? Nicht verändert? Ja, ja, klar, natürlich. Also das ist aus meiner Sicht selbstverständlich. Das hat sie ja schon in vielen anderen Industrien gemacht, die heute nicht mehr, die keine Steine mehr auf dem anderen stehen. Wenn du siehst, wenn du die Reiseindustrie, wenn du siehst, den Druck, die Medienindustrie. Das sind alles Industrien, die revolutioniert worden sind durch Digitalisierung. Das Gleiche wird auch in der Finanzindustrie passieren.